Willkommen zurück zu einer neuen Folge Meet the VIP, ich bin Rocktalks und bei mir ist heute Commander Krieger, hallo! Ja hallo und herzlich willkommen! Servus! Und wir fangen jetzt gleich mal an und zwar erzähl mal einfach ein bisschen was über dich, was du so machst. Ja, ich bin 33 Jahre alt, heiße mit bürgerlichem Namen André Krieger und betreibe seit zweieinhalb Jahren einen YouTube-Kanal, wo ich sprachlich kommentierte Videospielvideos hochlade, vorzugsweise Ego-Shooter-Gameplay, also FPS-Games, aber alternativ alles, worauf ich Bock habe. Ja, also so wie viele Let's Player eigentlich. Aber du bist ja auch ziemlich erfolgreich. Ja. Ja, mit einer halben Million Abonnenten, ich glaube, das kann man schon sehr erfolgreich nennen. Du spielst ja hauptsächlich auf der Konsole. Genau. Auf der Konsole, genau. Und wie wurdest du Let's Player? Abstrakter Weg. Ich habe damals im Casino gearbeitet als Groupier und Dealer und wenn man dann nach Hause kommt um 2, 3, 4 Uhr morgens, ist man noch ziemlich aufgedreht, ziemlich fit im Kopf, sage ich mal. Es war psychisch platt, aber irgendwie, ja, man kann doch nicht pennen. Und dann schaut man sich irgendwelche Serien an. Und irgendwann hat man diese Serien halt durch. Und dann fragt man so seine Arbeitskollegen, ey, was macht ihr denn, wenn ihr nach Hause kommt? Ja, wir zocken. Was zockt ihr denn? Modern Warfare 2. Okay, so ein kleiner Nerd-Stempel schon so bei denen drauf. Irgendwann durch Zufall mit einem mitgegangen. Selber gezockt, angefixt geworden, mir eine Konsole geholt. Selber gezockt dann mit denen abends. Natürlich auch ein Headset und dann mit denen geskypt und was weiß ich nicht alles. Und durch den Zufall auf YouTube dann ein Video gesehen, wo mir der Tio erklärt hat, wie man richtig Claymaus legt. Das habe ich ausprobiert, wurde besser und habe das Ganze so ein bisschen verfolgt. Und irgendwann kam der Gedanke, wo ich gesagt habe, hey, du willst auch kommentieren. Also ein relativ schneller Übergang vom Zocker zum Let's Player quasi. Ja. Und machst du deine ganze Arbeit ganz alleine oder hast du Hilfe? Also jemanden, der deine Videos schneidet oder machst du das alles selber? Mache ich alles selber. Alles selber, okay. Und wo nimmst du auf? Hast du ein Studio oder eher privat daheim? Das ist privat zu Hause bei mir. Ich habe eine Eigentumswohnung und hier ist ein kleines Räumchen, was ich mir so als Studio gemacht habe. Sprich mit so einer, mit Schallschutzwänden ausgekleidet, ja. Das ist schon richtig professionell, weil Schallschutzwände haben ja glaube ich nicht viele. Ich sage mal so, die Schallschutzwände waren hauptsächlich wegen meinen Nachbarn, aber haben natürlich auch den enormen Vorteil, dass die Soundqualität dadurch ein bisschen angucken wird. Ja, man kann ja mit Mikro schon recht viel machen, aber eben große Richtmikrofone sind ja auch recht empfindlich schon, was Hall und alles betrifft. Das kenne ich leider auch schon. Kannst du dir deinen Erfolg erklären? Nicht wirklich. Natürlich fragen viele, wie werde ich so erfolgreich, was muss ich tun, was muss ich machen. Ich glaube, das große Geheimnis ist einfach nur, man muss die Sympathie der Zuschauer treffen. Einige, sogar sehr, sehr große YouTuber, damit meine ich jetzt noch nicht mal Deutsche, spielen etwas vor, was sie gar nicht sind, haben damit erfolgreich, weil es den Zuschauern gefällt. Ich bin einfach so, wie ich bin, das heißt, so wie ich jetzt mit dir rede, rede ich auch mit meinen besten Freunden, mit meinen Kollegen, mit meiner Familie und so bin ich einfach und das gefällt den Leuten anscheinend gut. Ja, natürlich sein, glaube ich, ist immer richtig und Vorspielen, also gefällt mir persönlich auch nicht, also ich versuche auch immer sehr persönlich zu sein. Wie oft nimmst du so in der Woche auf oder am Tag? Ja, also es kommt täglich mindestens ein Video. Das Aufnehmen und Kommentieren, das ist eigentlich noch relativ wenig Arbeit im ganzen Prozess. Viel Zeit geht drauf für Nachrichten etc., aber um die Frage zu beantworten, kann man groß sagen, täglich mindestens ein Video. Okay, und gibt es zu deinem YouTube-Namen eine Geschichte, also wie du auf den gekommen bist? Also ich erinnere da gerne an das GameTube-Video, ähm, Quatsch, an GameTube, die damals jahrelang überlegt haben, nach einem Namen, alle möglichen Anspielungen ausprobiert haben und dann kam eine Freundin von Michi auf die Idee, YouTube und Games nennt das einfach GameTube. Gab es bei dir auch sowas oder war das relativ spontan, dass du einfach nur deinen Nachnamen und Commander dazu schreibst? Also für mich war auf jeden Fall klar, dass ich, ähm, ja, den Krieger in meinen Namen einbauen muss. Das war, also, besser passt das ja gar nicht bei einem Ego-Shooter-Kanal, ähm, muss einfach so sein. Und, äh, ich wollte mich erst Captain-Krieger nennen, weil Sergeant oder Lieutenant, wir müssen uns ja bewusst machen, wir haben relativ viele junge Zuschauer und einige können schon nicht Commander-Krieger schreiben, wenn ich mich da Sergeant oder Lieutenant-Krieger genannt hätte. Die hätten mich so nicht gefunden und daher gehe ich doch fest davon aus, ähm, ja, wie soll ich das am besten beschreiben? Ja, wie soll ich sagen? Ähm. Es war eher spontan eigentlich. Ja, also Captain-Krieger war der Name und dann hieß es halt, okay, Commander-Krieger, es kam von Dr. Kabun so in der Punkt, Commander klingt eigentlich besser, ähm, und so kam man halt auf Commander-Krieger. Ja, und das hat sich dann halt durchgesetzt. Mhm. Ja, ist ja auch ein sehr guter Name, finde ich. Ja. Du machst ja auch ein Padawan-Projekt, in dem du andere YouTuber, ähm, förderst. Wie bist du auf die Idee mit diesem Namen gekommen und auf das Projekt selber gekommen? Ähm, ich, ich meine, es ist auch schön, wenn man den Leuten etwas geben kann. Und ich denke, äh, für viele gibt es einfach zu wenig Chancen. Und ich meine, seien wir mal ganz ehrlich, mit YouTube-Seiten Lebensunterhalt zu verdienen, damit Geld zu verdienen, ist das Beste, was eigentlich einem passieren kann. Und von daher, äh, ja, war es für mich eigentlich selbstverständlich, dass ich das so mache. Weißt du, du bist dann einfach eines Tages aufgestanden und hast gedacht, ich möchte jetzt was zurückgeben und, äh, unterstütze jetzt irgendwelche YouTuber. Nö, das kam alles so nach und nach. Ähm, am Anfang habe ich viele Anfragen bekommen, hier, willst du ein Duel mit mir machen, mach mal ein Duel mit mir. Okay, die kriege ich heute auch noch, aber damals war es schon heftig. Äh, und ich habe mir gesagt, nee, nicht mit jedem ein Duel, ich muss irgendwas anderes machen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben. Weil jeder kommt an mit einem Duel und das, das bringt es auch nicht so wirklich. Also man muss ja irgendwie so ein bisschen, ja, ich, ich meine, wenn der, wenn Kabum damals mir nicht geantwortet hätte, wer weiß, ob ich überhaupt heute hier säße. Mhm.